Geh deinen Weg, sag mir, wo ist dein Weg? Vorsicht, Nico. Du darfst doch so stark auftreten. Schon gut, ich kann alleine laufen. Der Arzt schaut sich den Fuß jetzt erstmal an. Hoffentlich müssen wir nicht lange warten. Das glaube ich nicht. Wir haben ja einen Termin. Hallo, hallo. Hallo, guten Tag. Haben Sie einen Termin? Ja, ich habe angerufen. Unser Freund Nico Gonzalez hat Schmerzen am Fuß. Der Fuß sieht nicht gut aus. Haben Sie starke Schmerzen? Es tut weh. Der Arzt schaut sich das gleich an. Er muss den Fuß sicher auch röntgen. Vielleicht ist er gebrochen. Gebrochen? Was heißt gebrochen? Äh, egal. Keine Sorge, das steht ja auch noch gar nicht fest. Sie waren noch nie hier in der Praxis, oder? Dann hätte ich gerne Ihre Versichertenkarte. Sie haben noch eine Krankenversicherung? Ähm, Nico? Ja. Hier. Ja. Danke. Bitte gehen Sie schon mal in den Behandlungsraum. Der Arzt ist gleich bei Ihnen. Okay, danke. Bitte, einmal hier lang. Die brauche ich noch. Oh. Okay. I-Een. Okay. кас slippierender